Hallo und herzlich willkommen bei uns im Ardautal. Wir als Familie Frey sind ja schon jahrzehntelang mit unserem Berggasthaus vertreten und diese Tradition versuchen wir von Generation zu Generation weiterzuführen und zu pflegen. Als reiner Saisonsbetrieb erfreuen wir uns jeden Sommer unsere Gäste begrüßen, bewirken und verwöhnen zu dürfen. Die Gäste die zu uns kommen genießen vor allem die Berglandschaft und schätzen das schöne Ambiente und das familiäre Umfeld. Unser Berggasthaus Hermine eignet sich perfekt um dem Arbeitsalltag und dem Stress zu entkommen, sich bei der schönen Kulisse zu erholen und die Natur pur zu geniessen.